Also hier ist der Semmy, bester Semmy. Semmy ist so ein bisschen vorsichtiger, aber die sagen auch, sobald er hier vom Tierhaus weg ist mit allen Hunden, wird das bestimmt irgendwie besser. Und dahinter ist der Tommy, den haben wir auch schon kennengelernt und konnten den anfassen. Ich will den jetzt noch nicht bedrängen. Das ist auch ein ganz, ganz toller Kerl. Und die sind beide hier. Genau, das ist der Freund vom Tato. Und der Arme zieht sich auch gleich daneben. Da sieht man ihn, ganz, ganz toller Hund. Wirklich ganz toll. Der braucht beide ein Zuhause auf jeden Fall.